einen wunderschönen guten tag meine lieben wir haben schon dienstag wir haben den 18 februar und ich hoffe natürlich dass ihr gut in die woche gestartet seit gestern wie ihr seht haben wir wieder zwei orakel karten und das lenno mordek von mir wer das gerne hätte kann gerne in der infobox auf den link klicken dann kommt ihr direkt zum shop dort findet ihr das wie auch hier diese wunderbaren energie armbänder so wir schauen hinein in den tag was dieser dienstag und so bringen mag wir haben die engel der liebe orakel karten und noch mal ein engel deck damit wir sehen welcher engel uns derzeit begleitet gerade am heutigen tag ist es bestimmt dann interessant zu wissen und den lesen wir auch gleich vor weil auf der rückseite natürlich immer schon der engel beschrieben ist daher schauen wir einfach mal hinein ziehen blind und können das schon erkennen der engel der dankbarkeit wer hätte das denn gedacht sehr schöne sache so ich hoffe ihr könnt es alles sehen wir legen es einfach mal mittig der engel der dankbarkeit ist an deiner seite wo auch immer du bist er ermöglicht dir dankbar zu sein für alles was dir in deinem leben passieren durfte dankbar zu sein für alle erfahrungen die du gemacht hast gleichzeitig wirst du erkennen dass nichts dem zufall überlassen sondern von himmlischen kräften liebevoll gelenkt wird ja der engel der dankbarkeit zeigt natürlich auch auf dass man nie allein ist im leben denn man darf ja für alles dankbar sein im leben vor allem auch für das vorankommen sagt er und er sagt auch dass man nichts dem zufall überlässt und dass es auch gar keinen zufall gibt im leben denn jede erfahrung macht dich reicher das ist egal ob positiv oder negativ du solltest dir immer bewusst sein dass du aus jeder erfahrung lernen kannst aus positiven erfahrungen kannst du lernen dass es so gemacht werden kann aus negativen erfahrungen lernst du im besten fall deine grenzen besser ziehen zu können so die engel der liebe sagt bleibe optimistisch in bezug auf dein liebesleben das passt für das kollektiv heute sehr gut positives denken und vertrauen werden dir glück in der liebe bringen ja glück in der liebe wäre heute bestimmt auch erwünscht wir hatten letzte woche den valentinstag und gucken einfach mal hinein was die länder morgen noch dazu sagen also wir haben die sterne mit der klarheit wenn wir uns auf den heutigen tag darauf beziehen wird uns klar für was wir dankbar sind wir uns wird aber auch klar was in der liebe für uns gegeben werden kann weil wenn wir optimistisch bleiben und in die dankbarkeit übergehen haben wir zwei positive flüsse die vereint bestimmt mehr energie auslösen wie wenn wir natürlich trantütig zu hause sitzen daher ist es eine wunderbare frequenz die wir leben dürfen wir haben die blumen den blumenstrauß und die wolken der blumenstrauß ist halt wirklich schön darauf fixiert dass deine klarheit dann auch in deinem leben einzug gewähren darf und dass du schon so manche dinge die dir nicht so klar sind aus deinem leben streichen darfst oder natürlich den fokus setzen solltest so wie es dir im leben behakt wenn du merkst es tut dir nicht gut dann solltest du erkennen wo du lang willst und welchen weg du dafür veranlassen musst und das wird dir heute bestimmt gegeben gerade in partnerschaftsfragen egal ob single oder nicht wenn ihr gerade in der partnerschaft seid und etwas unzufrieden seid bleibt optimistisch euer partner steht hundertprozentig hinter euch denn du wirst erkennen auch hier werden die romantischen gefühle wieder erweckt als single kann ich sagen dass ihr heute wie schon gesagt fokussieren solltet was euch an einem partner sehr wichtig ist dass ihr dort kein unklares feld für das universum gibt sondern einfach klar ausspricht welcher partner an eure seite gehört in diesem sinne ich freue mich auf jeden den ich heute abend um 20 uhr bei facebook im live stream see macht's gut meine lieben bei bei bis zum nächsten mal